Ja, keine Ahnung. Leicht ist es nicht. Schwierig, sagen wir es einfach mal so. Das ist finanziell einfach unheimlich schwierig und wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir über die Runden und durch diese Krise kommen. Es braucht auch was. Und deswegen haben wir von der App Academy uns etwas ganz Spezielles überlegt. Ein brandneues visionäres Geschäftsmodell. Saltos zum Mitnehmen. Seid ihr vielleicht ein bisschen verrückt? Wir waren uns auch nicht sicher, wie die Leute reagieren oder wie die Nachfrage sein wird. Tja, aber es war unsere einzige Chance. Ja, also konkret heißt es, unsere Kundinnen und Kunden können Saltos durch das Fenster kaufen. Jede und jeder kann einfach vorbeikommen und sie an Saltos zum Mitnehmen abholen. Zur Auswahl haben wir Vorwärts-, Rückwärts- und Seitwärts-Saltos. Auch unsere Saltos werden in recycelten Papiersackwell verpackt. Wir legen einfach wirklich viel Wert auf Nachhaltigkeit und darum sind unsere Saltos zu 100 Prozent vegan und ohne Zusatzstoffe. Ja, wir arbeiten gerade an einer neuen Idee. Zu viel darf ich jetzt noch nicht erzählen. Das Ganze ist noch in einer Testphase und wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis es dann für die breite Masse verfügbar ist.